Mein Name ist Nadja und ich arbeite als Junior Developer bei Radies. Ich habe seit 2021 meine Ausbildung als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung bei Radies angefangen und wurde im Februar dieses Jahres übernommen. Meine Haupttätigkeit ist den Code für die Kunden schreiben, Anforderungen implementieren, Bugs fixen, neue Features umsetzen und so weiter. Dadurch, dass das so immer war, dass als Developer die Männer gearbeitet haben, Frauen irgendwie wegen, also dass die Angst haben, weil das etwas Neues für die ist. In meinem Job macht mir Spaß den Code schreiben, weil das voll Spaß macht, wenn du einen neuen Code schreibst und der funktioniert am Ende, das ist halt als ob du etwas Neues schaffst.